Pulse Lunges Anweisungen Ausgangsstellung In einer stehenden Position machen Sie einen großen Schritt nach vorne und beugen langsam Ihr Bein. Kontraktion der Muskeln Senken Sie den Schwerpunkt des Körpers. Ende der Bewegung Kommen Sie zurück in die Ausgangsposition, wiederholen Sie die Bewegung rhythmisch. Beteiligte Muskeln Atmung Häufige Fehler Legen Sie das Knie auf dem Boden ab. P-O-P-Camp Pulse Lunges Empfohlene Wiederholungen Anfänger Mittelstufe Fortgeschrittene P-O-P-R rib记 Musiki P-O-P-A-P-L-P-A-R-B Laboratory-G Druck P-O-P-T-L-P-A-R-U-C-P-P-O A-P-T-L-J-F-P-A-R-B-A-R-C-S-T P-O-P-P-K-A-R-G-G-A-R-B-A-R-S-S-T Bis zum nächsten Mal.